Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich noch ein Lied für dich von Recep Tayyip Erdogan, dem Schnuckel-Schnauzbart-Chef Osman. Wir haben Allah, wir haben unsere Propheten, Herr Mohamed Mustafa und jetzt Tayyip Erdogan. Er will, dass Frauen fünf Kinder kriegen, klar, dass alle auf ihn fliegen. Mit Röntgenblick für Journalisten, sieht er, das sind Terroristinnen, die werden erst mal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch, wer hat den geilsten Anzug an, der Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ist ein Held, er ist kein Diktator. Erdo braucht kein Rumgezicke von dieser Terror-Nazi-Krücke, jeder Europäer ist Terrorhelfer und... Faschist! EU-Beitritt ist ihm sowieso völlig Latte. Latte, ja! Ohne Erdoganke zu EU. Frommer als ein Muslimbruder, geiler als ein Boxenluder, harte Hand im Kurdenland. Endlich wieder Platz am Strand, vergiss den Korruptionsverdacht. Denn bald hat er die ganze Macht, er darf dann jede U-Bahn fahren. Der Recep Tayyip Erdogan!